Hallo, wir sind im Erlebnispark Murtal. Da gibt es ganz, ganz viele Tiere. Schaut mal dahinter, da haben wir schon eine Fägel. Kanarienfägel sind da drin, afrikanische. Und wenn man genau schaut, gibt es da sogar einen Knäugelbel. Also wirklich Knäugelbel. Da drüben gibt es so eine anderen Fägel auch noch, so eine ganz. Hunden, genau so. Schaut euch die einmal an. Und schau, die hüpfen. Siehst du das? Die hüpfen so. Also die fliegen nicht, die hüpfen mehr. Wir haben jetzt noch einen Puttersacker gekriegt. Und jetzt werden wir mal schauen, ob die da irgendwo eine Ziegeln haben oder so. Oh mein. Ich mag auch mal seine Ziegeln zu tun. Ich hab ja gesagt, es gibt da irgendwo eine Ziegeln. Nein. Schaut einmal, da sind richtig fette Hühner. Und weißt du, wie sie heißen? Spitzname rollender Federball. Schaut mal, da hinten sind tatsächlich weiße Pfau. Viel hetzig. Ich hab gedacht, da gibt es noch so einen Regenbogenartiges. Aber ich hab mich wohl nicht geführt. Und schaut einmal, da die Kamera ein bisschen runter. Da schläft eine Maus drin. So lieb. Die füllen sich voll auf. Papa, ich muss da was sagen. So hier Maus, genau so hier weißen, hat der Freund von mir seine Schlangen verfurtert. Oh, schau ganz hin, der Kleine. Schau doch nicht zu der Älteste, wie er auch was. Degu. Degu ist das, wie sie ausschaut. Was ist mit der Degu? Die holten das. Es muss einer geben, die holten das. Die holten das mit den Händen. Wer verzarzt. Süß. Und schaut einmal, da ist gerade eine kleine Ziege ausgebrochen. Sie rennt da von frei herum. Sie hat hier einen Ausgang gefunden. Sie ist ausgerannt. Schaut einmal da. Ich glaub, da haben sie sich ein Loch gemacht. Jetzt schauen wir weiter zu die Lamas oder Alpakas. Ihr könnt sie entscheiden. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, was das sein sollt. Wärme oder Alpaka? Hm. Kann man schwer sagen. Was nimmt der Tafel? Schaut einmal, da gibt es noch Ponys. Und das, wie es ausschaut, unbedingt ausschaut. Aber es findet keinen Ausweg. Das ist riesig. Drei gewinnt. Und das ist auch der ganze Weg. Drei gewinnt. Drei gewinnt. Drei gewinnt. Drei gewinnt. Und der ist ganz weiter. Der ist hunderte Jahre alt. Der hat sich All-Day-Jahres-Ringe. Das ist ein Esel. Hü, Rot-Esel. Der hat ja viel gesichert. Der schaut viel eigenartig aus. Und zu stinken. Oh, ein Schwarzer, schau mal. Ich wollte auch nicht stinken. Ein süßes Lamm, siehst du das? Ja, ein Lamm. Ein ganz kleines Lamm. Schau, ich bin nicht so groß. Schau, ich bin nicht so groß. Schaut euch das auch, wie süß das ist. Das haben wir jetzt ein, der die Alpakas. Ja, das ist auch ein. Was glaubst du hier? Der wird aber schwerer. Die Reifen sind jetzt das schwerste. Ja. Die Emus haben jetzt schon genutzt. Das sind richtig viele Emus. Der schaut so aus, es wird einmal becken. Das ist ein Vogelstraußort. Ja, der beckt mich eindeutig. Wenn ich ihn aus der Hand fahre. Ja. Wow. Schau. 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 Wir müssen jetzt leider schon wieder fahren. Aber keine Angst, wir fahren noch mal hin. Und wenn es euch gefällt hat, dann bitte lasst einen Daumen hoch da. Und abonniert mich. Tschüss. Tschüss.